Meine Lieben, das sind wir wieder. Wir haben euch eine wirklich frohe Botschaft zu verkünden. Wir haben es endlich geschafft. Ich bin total aufgeregt. Ich meine, wir haben jahrelang darauf gewartet und es ist endlich soweit. Der ORF strahlt uns endlich aus. Unser Programm, unser Best-of. Wir haben es gerade bis in die Königinnen. Und sogar im Hauptabendprogramm. Im Hauptabendprogramm. Am 4.2. Auf ORF. 3. Ja, vom 23 auf 25. Willkommen im Turm. Wir sind dabei, wir haben es ganz da oben geschafft. In dem Turm. Und das vor mir danach. Komm, das hast du ein Röschen. Das ist der Wahnsinn.